sehr schade ich habe gerade ein komplettes video gemacht wie das schiff hier angelegt hat und die leute von bord gegangen sind und die anderen wieder an bord und beim speichern habe ich einen fehler gemacht das video ist nicht gespeichert worden alles umsonst so läuft das ärgerlich jetzt kann man nur noch film wie weg fährt aber dafür kommt schon da eben ein anderes und zu dem tag muss man ja wohl nichts sagen der ist das ist ja wie sagt man so schön bilderbuch wetter wirklich wahrerisch da kommt warten wo nächstes angelegt hat die zeit muss sein ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Es ist gut.